Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht, diesen riesigen Hammer hier quasi umzuwerfen. Das hat aber noch nicht ganz so geklappt, wie wir es eigentlich geplant hatten. Und damit machen wir dann in dieser Folge weiter. Seltene Hüftrüstung. So, ist aber von der Abwehr her besser, Glück ein bisschen schlechter. Naja, die Frage ist, was brauchen wir jetzt? Ich meine, die Abwehr ist natürlich wichtiger. Allerdings die Stärke macht es ein bisschen runter. Allerdings nur eins. Normalerweise würde ich ja sagen, Abwehr ist auf jeden Fall wichtig. Ich weiß natürlich nicht, was das mit dem Glück auf sich hat. Moment, LS Details anzeigen. Erhöht die Aktivierungschance des Bonus. Erhöht XP und Hacksilber. Naja, gut, das wäre natürlich auch nicht unbedingt schlecht, wenn wir da mehr kriegen. Ich lasse es erst mal. Hoppala. Nein. Der Boden ist eingestürzt. Da ist eine Sandschale. Aber wie kommen wir da hin? Wir gar nicht. Das wollte ich eigentlich gedrückt haben. Ich weiß nicht, warum ich gerade alles andere gedrückt habe, sondern nicht das, was ich wollte. Es war aber Heilung, ne? Das war eigentlich, ähm... Er kann aber hier rum. Moment, X ist liegen. Nein, du sitzt da rein, Trottel. Junge. Junge, voran. Junge, mach. Junge, krabbel. Was steht da? Hat die Zeit ihre Ordnung vertan, kommt man ins Ziel nur umgekehrt ran. Umgekehrt? Also rückwärts? Die Symbole. Jahreszeiten? Ja, aber alles ist durcheinander. Heißt es nicht Winter, Frühling, Sommer, Herbst? Warum Winter zuerst? So hieß es in einem Lied von Mutter. Oh, das kenne ich. Winter! Stillkopf. Musik mag er auch nicht. Schon gut! Winter, Frühling. Das heißt, wir müssten das dann quasi, ähm... umändern. Also mit dem Herbst anfangen. Beziehungsweise von Rechts anfangen. Die Frage ist jetzt, kann man da irgendwie drauf zielen? Ah, okay. Also Winter. Die Frage ist, was ist Frühling? Also wahrscheinlich das Symbol, was da jetzt links ist. Winterf- Obwohl... Frühling... Da müsste hier ja der Sommer sein. Die Frage ist jetzt, ich denke mal, das ist das Herbstummel, oder? Du es. Höchst. Summa. Bau. Wettbewerb. Ja! Atreus. Dieses Wort. Thola. Das heißt, andauern. Versuch es. Thola. Gut gemacht, Jörg. Cool. Wobei... Schreib es nochmal. So nach Auftritt aussieht und das ist immer ein schlechtes Zeichen. Schreib weiter. Kopf. Wie ist das möglich? Meine Vermutung? Zeitmagie. Gefährliches Zeug, mit dem die hohen Warnblätter früher gern spielen. Die Fähigkeit, die Zeit einzufliehen, war sogar eine Lieblingsbeschäftigung von Jörg. Früher? Wieso haben sie aufgehört? Tja, wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Also beschlossen sie die Zeit über den Himmel. Boah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh, schade. Oh, schade. Oh, wo kommen die denn jetzt alle her? Was war das denn? Zu meiner rechten, das ist meine linke, du Idiot. Boah. Was ist das denn für einer? Also die sind kein Problem. Aber die mit den Schilden, die sind irgendwie ein Problem. Ich hab einen! Ich hab einen! Mach nix, sind auch noch da. Also die mit den Schilden, die sind doch ein bisschen mehr gepanzert. Oh, wo kommt der her? Hallo? Was ist das? Boah, willst du mich verarschen? Ja, ich sehe es. Ich spüre es. Weich kein Millimeter aus, Mann. Hallo? Arschlöcher. Oh, nicht schon wieder. Können wir mal eine Pause kriegen hier? Echt? Heilsachen will ich jetzt erstmal aufbewahren. Oh, komm. Ach, komm. Aua. Was war das? Ja, ich sehe es. Und ich sehe noch so einen Arschloch. Oh, hat das noch alle? Wie viel denn noch? Ach, jetzt noch so ein... Boah, willst du mich jetzt verarschen? Ey, Leute, ernsthaft? Ja, lass mich bloß nicht schlagen. Genau. Schieß mal. Das ist mir egal. Ey, das ist nicht euer Ernst. Wie viel denn noch? Das ist immer eine sehr schlechte Frage nach solchen Kämpfen. Oder in solchen Kämpfen, ne? Ach du Scheiße. Noch mehr? Aua, aua, aua. Hallo? Ja. Das ist gut. Da auch. Weich doch mal aus. Jetzt geh doch mal da drauf. Mann, ich kann gar nicht anvisieren. Leute. Noch was? Das Ding ist fast kaputt. Und nun? Nein. Oh. Scheiße. Hä? Und was sollte ich jetzt machen? Ach nee, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das ist echt nicht euer Ernst, dass ich jetzt hier nochmal... Achso, ich dachte jetzt komplett von vorne anfangen. Mann, jetzt schieß! Du seltenämlicher Idiot. Och. Vater, die Schale ist voll. Es stürzt ein. Super! Aber was machen wir? Wie denn? Was denn? Nein! Ach, ich hab's gesehen. Ah! Hättet ihr mir auch vorher sagen können, dass ich da hinlaufen muss? Oh, mein Gott. Ehrlich. Ich bin hier völlig fertig mit den Nerven. Ich bin eben erst aufgestanden. Hab gerade gefrühstückt. Und dann solche Kämpfe hier. Hallo? Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß, die Lise-Pierre. Hacksilber. Das ist immer gut. Ich brauch jetzt gerade meine Verschnaufungspause. Vor allen Dingen Verschnaufungspause. Ähm. Oh. Wenn ihr mir jetzt gleich noch mit dem Bosskampf oder sowas ankommt, ne? Dann raste ich hier aus. Oder nochmal irgendwie so ein Zwischenboss oder sowas. Oh. Ich hab eben schon einen Schock bekommen. Wir schieben. Vertrau mir. Wir schieben einfach, Junge. Komm. Pack mal mit an. Schaffen wir schon. Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl. Das machst du gut, Kleiner. Du bist stärker, als ich dachte. Schieb weiter. Noch ein kleines bisschen. Nicht runterfallen. Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm. Na, wenn er sagt. Habe keine Angst. Warum sollte ich? Ich hab dich. Ja, dass die irre sind, das wussten wir ja auch schon vorher. Ja. Äh. Okay. Die Spitze. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Verriss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Im Zerstürmen bin ich gut. Das ist richtig. So. Äh. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Moment. Ich muss wahrscheinlich runter. Ja. Oh, kommen wir da direkt hin? Achso, da. Aber ich kann mich da nicht runterlassen. Ich muss erst mal... Das war ich jetzt aber nicht. Ich hab gar nichts gemacht. Oh, oh. Nicht jetzt, genau. Wir wollen erst mal nach der Truhe gucken. Aber irgendwie hört sich das überhaupt nicht gut an gerade. Fester Stahl. Okay. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wirklich irgendein Bosskampf oder so. Ich bin da noch gar nicht ganz wach heute. Äh. Wieso? Doch, kommt doch da oben dran. Aber das sieht irgendwie sehr gefährlich aus. Das ist gerade mein Problem. Wie komme ich denn hier runter überhaupt? Kann ich da rüberspringen? Wahrscheinlich ja. Und dann greifen die mich direkt an, oder? Oder so. So ist mir ehrlich gesagt lieber. Okay. Da könnte ich hoch... Achso, da kann ich da hoch. Da müssen wir vermutlich auch hoch. Denke ich mal. Gehen wir mal einfach. Oho. Oho. Die werden die nicht mehr finden. Das ist auf jeden Fall gut. Aber die sollen uns ja auch nicht finden. Und ich befürchte, uns werden sie finden. Guten Tag. Du brauchst dein Gold ja nicht mehr, ne? Dein Huxel war mal nicht. Ähm. Kann man hier noch irgendwie hoch? Nee, ne? Okay. Ich ahne wirklich das Schlimmste gerade. Wenn das tatsächlich... Was ist das hier drüben? Du musst immer alles kaputt machen, oder? Nein. Nur manchmal. Ähm. Ah, der große Speisesaal. Neid-Objekt von ganz Midgard. Komisch. Da war doch ein riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jarls auf der anderen Seite dieser Eiswand. Äh. Achso. Wir haben die jetzt damit kaputt gemacht. Ach, das habe ich noch gar nicht gesehen. Okay. Ich habe zwar mitbekommen, dass es da durchgegangen ist, aber... Der Thron des Jarls auf der anderen Seite. Okay. Das ist Heilung. Das ist nicht gut, dass hier Heilung ist, glaube ich. Ähm. Kann ich damit irgendwas machen? Außer, dass ich die Dinger kaputt mache? Wenn der auf die andere Seite geht... Ne, dann ist der aber im Eis drin, glaube ich, oder? Aber selbst wenn er nicht im Eis drin wäre, kenne ich ja so nicht hoch. Oder kann ich da so einfach hochspringen? Ne, das nicht. Dann müssen wir irgendwie von der anderen Seite dann hoch. Was ist denn hier? Kann man noch nichts lesen? Kann man hier überhaupt irgendwas machen? Also, Sohn, wir müssen da hoch. Denkt ihr mal was aus, wie wir das machen können? Ach, Moment, das kannst du hier... Komplett in der Gegend rumballern? Machen wir das mal? Oh, oder auch nicht. Aber vielleicht kriegen wir jetzt sowas hin. Ich wäre da ja nicht so nah rangegangen, aber okay. Ach, ne, das ist so ein Ding zum Werfen, ne? Oder? Ja, das ist so ein Ding zum Werfen. Äh, da oben ist ein Gegner. Ich weiß nicht, ob ich den unbedingt, äh, rausholen will. Eigentlich will ich den nicht rausholen, aber ich befürchte, da müssen wir rum. Äh, ist das euer Ernst? Hm. Ja, du sollst auch darauf treffen, was ich da hinwerfe, du Trottel. Boah, ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, schon wieder so ein Vieh. Dass du es so nicht besiegen kannst. Oh, ich wüsste nur nicht, dass der so groß ist. Ja, dann schieß. Hallo, wieso schießt der nicht? Ich verlasse mich auf dich, Junge. Du musst das alleine machen. Ich hab die falsche Taste gedrückt, tut mir leid. Och, ja, lass mich bloß nicht mit dem kämpfen. Ach, ich verstehe, ich verstehe. Aha, oh, fuck. Nein. Oh, ich konnte da nichts nehmen. Was ist das denn jetzt? Wieso kann ich das nicht nehmen? Hallo? Dann müssen wir weiter mit der Taktik machen. Nein, du brauchst nicht mehr Zeit. Wer will deinen Vater umbringen? Mach hinne. Oh. Aua. Bereit, Vater? Ja, dann mach. Schieß. Junge. Oft muss ich da draufdrücken, wenn du sagst, du bist bereit. Aber wieso kann ich das Ding nicht nehmen? Das verstehe ich nicht. Doch, du kannst. Es geht um mein Leben. Aua. Aua. Tolles Ausweichen, endlich. Du musst dich beeilen, Junge. Gut, dann mach. Weil ich kann die Dinger nämlich nicht aufnehmen. Woll ich ruhig? Ich hab ja nichts mehr zum Heilen, ne? Ich hab's gleich. Ja, dann mach. Junge, schieß! Ja, Vorsicht, du sollst schießen, Kleiner. Ich kann da nichts gegen ausrichten. Ja, super ausgerichtet, ehrlich. Mann, lauf bloß nicht weiter. Nein, wir brauchen nicht mehr Zeit. Wir haben keine Zeit mehr. Und ich kann das rote Ding auch nicht benutzen. Vielleicht auch doch. Was mir leider etwas spät eingefallen ist. Ich will doch nicht gut halten. Ich bin bereit zu fassen. Ich bin bereit zu fassen. Nein, ich bin bereit. Lauf! Ja, das will ich doch hoffen. Oh. Oh, wieso konnte ich das Ding die ganze Zeit nicht nehmen? Jetzt kann ich es sicher wieder nehmen, oder? Ja, das ist so klar. Aber ich hatte auch nicht wirklich das Gefühl, dass der jetzt Schaden bekommen hatte, als ich das getroffen hatte, als er da relativ vorstand. Kommen wir da hoch? Wo der rausgebrochen ist? Ne, anscheinend auch nicht. Keine Ahnung. Ich denke, dass wir hier noch was freisprengen müssen. Also da hinten, das sieht mir ja so aus, als ob man was freisprengen muss. Hallo, Junge. Oh nein, willst du mich verarschen? Lauf, komm. Ja, weich bloß nicht aus. Lauf, 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 lauf! Mann, wie lahmarschig bist du! Wir haben aber nichts anderes mehr. Haben wir noch irgendeinen Gegner? Wir haben alle erledigt. Wollt ihr mich verarschen? Also, ich würde sagen, hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht hoch, ne? Das war ja so klar. Ich würde sagen, bevor jetzt noch irgendein Gegner hier kommt, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil sonst die Folge wirklich viel zu lang wird. Und wir den Rest dann in der nächsten Folge machen. Bis dann! Ciao!